Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rayman Origins, den Screen kennt ihr schon, das heißt ihr wisst wahrscheinlich was das bedeutet. Es hat mal wieder nicht richtig aufgenommen, wieder die ersten drei Minuten, keine Ahnung. Ich muss echt mal rausfiltern, warum das nur bei diesem Spiel passiert. Hm. Auf jeden Fall habt ihr nicht so viel verpasst. Das einzige, was wir jetzt erfahren haben, ist, dass wir die vier Wächter retten sollen. Das haben uns die vier Feen gesagt, die wir vorher retten sollten. Reception, sozusagen. Und wir haben den Level betreten und die ersten Electoons gesammelt. Und das war eigentlich auch schon alles. Viel Spaß. Mal irgendwie mich ein bisschen und schlage da weiter, weil ich gerade so... Da kann man doch bestimmt raus springen, oder? Ja, kann man. Ja, aber es tut weh. Erstmal kurz tief. Ich bin hier dran. Wir können ja jetzt auch tauchen. Können wir jetzt eigentlich in all den Welten irgendwas finden, was wir noch nicht hatten? Vielleicht, ich glaube, wenn wir hier hochlaufen, sehe ich gerade. Das hat man gerade gedacht. Uh. Uh. Da gab es nicht mal ein besonderes Geräusch, oder so. Es sieht so ein bisschen fadäschig aus. Da unten? Nein, doch nicht. Hätte das sein können. Okay, das ist leer. Äh. Oh nein, der Arme. Ja. Hast du das gesehen? Voll fies, Mann. Der verpugel mir jetzt, weil es so blutet. Oh, ist denn das da? Wie du? Ah. Was bist du? Was ist das blau da? Hä? Was? Hast du das gesehen, was ich da hatte? Ja, aber... Das ist mein Geräusch. Mist, ich kann nicht mehr ran. Uh. Okay. Der ärgert den schon wieder. So ein doofkopf. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Du kannst... Was willst du machen? Hochsprung wollte ich sagen, kannst du. Entschuldigung, ich amüsiere mich gerade prächtig. Ach, du Schande. Das ist fies. Schaffst du das? Oh Gott, du bist so geil. Das war... Gewagt. Durchaus. Okay. Ups. Hoch. Das hab ich irgendwie gar nicht verfolgen. Ich hab den auch nicht so richtig... Pfff. Kann man denn eigentlich töten, wenn man das so normal ist? Ja. Ja. Okay. Weißt du, eigentlich sind die Länder gar nicht so schlimm. Guck mal rein. Ja, geh rein. Okay. Also ich hätte jetzt gesagt, es kommen ganz schlimme Dinge. Nie gesehen, ne? Weißt du? Diese Geräusche. Das war irgendwie... Nicht sehr clever. Das war auch nicht clever. Was mache ich denn? Danke. Ich weiß nicht. Was passiert, wenn ich da drauf schlaue? Nicht mal, nein. Da oben sind drei Flaschen. Ich weiß, deswegen. Das war ja jetzt auch Spaß. Ich bin mir nicht so sicher. Ich will, dass die zielsuchend sind. Das ist so ein Gott. Ich kann mir hier gerade nicht raus. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich hab Angst, dass du aus Versehen beim Rausholen... Ja, klar. ...auf das Ding haust. Nein! Das war eine Verteidigung. Das war ich nicht. Nee, das ist so richtig. Verdächtig. Hm. Oh. Oh, help! So, wir machen den das mal kurz weg. Help! Help! So. Da unten. Ja, ziemlich verdächtig. Ist da längst noch was gewesen? Weißt du das? Ähm, oben bei dem Typen? Ja, wir holen uns erstmal das nochmal ein Checkpoint. Wer soll das? Das Zeug geholt haben. Immerhin. So. Oh. Das sieht, äh, ungefährlich aus. Wow! Äh, ich will hier hoch. Danke. Willst du es probieren? Ja. Probier es. Sehr schön. Nee! Juhu! Gott, der schaut da nochmal drauf. Bäh! Nee! Nee, nee, nee! Yeah! Voll super, pupper. Pup, puh, 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 puh. Eine komische Farbe. Ich frage mich, ob die von einem anderen Charakter kommen. Aber besser ist das Zombie-Ding. So, probieren wir es mal. Okay, ich warte. Ich dachte, ich kann hier nicht mit der Kamera noch nach da fliegen. Hm. Tatsächlich. Das ist nicht okay, sowas zu verstecken. Ganz schön fies. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Was ist das? Wow. Oh Gott. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Wow. Ähm. Ich glaube, wir müssen wir schnell rüber springen, dass wir dann da, wisst ihr? Ich muss mal rutschen. Äh. Wir sagen jetzt einfach 100.000 Blumes. Oh. Wow. Sehr cool. Ich glaube, das war sogar richtig gut. Oh. Das war es vielleicht nicht ganz. Sehr cool. Oh, wir sind super gut. Ich wollte auch gerade rüber. Da? Was? Das war so verdächtig, aber ich glaube, da ist nichts gewesen. Wow. Wow. Sehr gut gemacht. Oh nein. Ich glaube, dafür waren wir zu langsam. Möglich. Aber ich glaube, das war nicht so schlimm. So viel haben wir gar nicht verpasst. Das tut mir leid. Ich glaube, ich habe mich runtergeschlagen. Oh. 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 Ich fache es nicht. Die Logik, wie man läuft, ist ein bisschen dumm. Ja, aber du musst das umdrehen. Natürlich. Nee, musst du nicht. Nicht? Das ist das Problem. Warte. Oh. Oh. Ich dachte, da ist noch ein Boden. Da ist gar kein Boden. Warte mal. Ich teste es mal ganz kurz aus. So, ich halte jetzt einfach nur nach rechts gedrückt, ja? Ja. Ah, doch nicht. Ja, musst du mich umdrehen dann. Ja. Ah, hau raten. Naja. Danke. Ich finde das nicht okay. Oh, was habe ich denn für einen Blick? Ah, wir haben es locker. Also für die 300er zumindest. 300er zumindest. Vorsicht trinken, nicht spucken. Schluck lieber. Vorsicht. Okay, klapp. Ja, der Versuch. Pfff. Weil mein Penny schwer an den Tisch verfehlt. Das wärs. Das ging aber wirklich locker. Ja, das war wirklich easy. Also, sag mal jetzt noch, wenn es was kommt. Zurück zur Lichtung der Träume. Das war jetzt die zweite Welt. Wie viele Welten machen wir? Äh. Ach ne, das war eigentlich erst die erste. Weil die... Die erste mit Story zählt nicht so ganz. Ja, das war ja noch so. Hey, wir labern. Irgendwas. Wir haben jetzt noch einen spaßigen Level vor uns. Und da oben ist die Kiste. Mhm. Auf und nieder. Ich vermisch jetzt schon. Ja. Auf und nieder. 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 Das ist Professionalität von Veins. Ich mach das jetzt hier. Oh! Aber es ist sehr cool gemacht. Äh. Ah, das ist schlecht. Warte mal. Das ist äh.. So. Äh, oh. Moment. Moment. Okay, das ist ganz... Das ist wirklich fies gewesen. Oh, Alter. Geht's noch? Ich weiß schon, wer hier ist. Das erklärt einiges. Ich dachte erst, ich zieh dir die Platte damit weg. Ja, so ist das. Oh. Ich möchte nicht jetzt drüber reden. So ist das zumindest jetzt leichter mit den Platten. Okay, Moment. Also, ich finde, der macht dann wieder ruhig, der Level. Ja. Das ist auch so ein bisschen faszinierend alles hier. Ja. Wow. Gut. So, wir müssen dann nochmal irgendwie nach da oben. Gut. Ich will doch nur da drauf stampfen. Danke. Jetzt hast du es auch so schon geschafft. Dann komm ich mal hier rüber. Okay, das war... We can do it. Das war einfach. Das war jetzt wirklich klar, dass da was ist. Im Vergleich zu der ersten Münze. Ja, das war ja mal übelst. Die bewegt hinter dem Objekt war. Das war echt gemein. Und wir haben da oben ein Herz. Das heißt Looms. Ich dachte, Looms heißt Looms. Nicht bei uns. Hast du mal einen coolen Move gesehen? Das war fantastisch. Ich dachte, man kann da rüber springen. Ja, und dann ist diese Kante da oben. Da denkst du dir so, mhm... Hä, aber... Ach so. Das ist aber auch alles einfacher, als was wir schon mal hatten. Da erinnere ich an die Eiswelt. Wie lange wir da... Also, Eis, Lebensmittel, wie auch immer. Ja, ich weiß jetzt, was es ist. Warte mal. Ja, besser ist. Und... Uuuuuh. Da müssen wir uns dann beeilen. Wieso? Das war so verkacken. Ähm... Ähm, okay. Hä, was war das jetzt bitte? Leicht. Es war wirklich leicht. Was ist los? Das können wir so farb, als wir zu tief wäre ich wirklich nach der ersten schon kommen sollen. Das ist ganz schön creepy aus. Lass mich. Ich bin ein Kleinling. Ups. Sorry. Was ist das denn? Eine Raupe. Soll ich mal drauf. Das ist ja... Okay, das könnte eklig werden. Oh, ich hänge an der blöden Plattform. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, man kann da durchspringen. Okay. Ach, ei. Ich habe gedacht, das ist... Fangs. Ich dachte, die ist noch nicht aktiviert. Sorry und so. Äh, wieso komme ich nicht mal hoch? Geh weg, du blöde Pflanze. Ich gebe dir mal ein Herz. Danke. Wieso habe ich dir eins geklaut habe, aus Versehen? So indirekt. Uuuuuh. Ich habe es grausches Mal gemacht. Dukki, dukki, dukki. Dukki, dukki, duk. Das war auch eng. Guck mal, wie ich das gemacht habe. So machen das Profis. oder weiß nicht aber wir haben auch nichts mehr werden ja erst in dem level wie ist das aber das ist genau das gleiche wie gerade eben was auch nicht wärme gewesen die musik ist cool wohin das hat mich in einer rock map bevor sich nichts zu weit das hat mich überrascht dass die pflanze auf einmal kam ich dachte ich muss flattern dann war das pflanze so okay das war nicht so clever gelöst wow oh teleport das ging fast schief wow das ist überraschend wow wow die musik ist das beste supergeil so voll auf den kamm geblasen mhm das war eine kurze Zwischenwelt wie geil ist das denn oh wie geil das ist wirklich cool dass es sowas lieb ist na dann oh guck mal jetzt geht das in meinen Arsch ab dem Moskito nicht ich hab so K�l ich hab so ich hab so ich hab doch scheiße schade das der Moskito nicht mit in der Pose war das wär gut aber ja bei dir eigentlich hätte er kommen können ja komm wir wie sie schon so einen zünder greifen das war dumm das war noch ein stück dümmer ah ich könnte sagen dass wir cool sind aber du schaffst das ich schaff das ich schaff das du schaffst das nein du schaffst das kommt gegenüber die plattform wir schaffen das wir haben es geschafft unglaublich oh gott dass wir das überlebt haben ich bin dumm das ist alles wenn ich nicht nur 300 pro jahre haben sogar 350 ist nichts tja das war ja wirklich ganz schön enttäuschen kann man sagen ja ich habe sie mit einem parallel universum gelandet sind auch immer gut das ist der limetten zauber mein ganzer körper ist mit dem letzten saft bestreut bestreut da ist schon so lange bei mir da ist schon fest geworden das war ja irgendwie name wie die anime convention in leipzig letztiger anime manga event in leipzig tja sagen beim nächsten mal holen wir uns die kiste ja die kiste beim ersten versuch natürlich natürlich so die können wir nicht angucken weil wir zu wenig lums haben ich kenne das groteske geheimnis das zum schicken schatz führt bringe was 15 weitere emote icons wenn du hierbei herein möchtest ob es genau so aus wie du tatsächlich dass das ist das ist das gehen das verraten dann machen wir beim nächsten mal stattdessen über den fluglevel und träger und sammler und bis die sicht dann auch genau aber kriegt man sich 15 wenn die doch nicht wenn die danach so okay die die